Hallo zusammen, mich hier ist wieder dein Channel und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement aus der neuen Zone, hier aus Serrat Mortis. Und dazu habe ich euch was Schönes rausgesucht, einmal die Schätze von Serrat Mortis. Dafür müssen wir alle Schätze einmal aufmachen, das sind insgesamt 27, wenn ich mich nicht verzählt habe. Es gibt da auch schon ein anderes Achievement, wo man nur ein paar von denen aufmachen muss. Und das kriegt man halt quasi dann auch noch mit dazu. Ich finde es jetzt gar nicht. Ah, hier genau, da muss man 5 Schätze aufmachen. Ich habe jetzt von den Schätzen schon ein paar aufgemacht. Wir machen es jetzt einfach so, die, die ich schon aufgemacht habe, die werde ich am Ende nochmal mit dem Twink mit dranhängen. Das sind die einfachen, die ich nebenbei beim Leveln-Questen, oder Leveln eher nicht, beim Questen schon gefunden habe. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mit denen an, die mir noch fehlen. Das sind in Anführungszeichen die ein bisschen trickiereren. Und am Ende hänge ich euch dann mit dem Twink nochmal die Leichten mit an. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mal durch mit dem ersten Schatz. Und zwar, wir befinden uns einmal hier im Lager, und zwar auf den Koordinaten 34, 65. Und wir wollen uns jetzt einmal die gestohlene Schriftrolle besorgen. Die ist einmal so ein bisschen tricky da oben. Und dafür, seht ihr, sind wir jetzt hier in dem Lager. Wir laufen jetzt an das Gebäude hier links ran. Dann können wir nämlich hier hochlaufen. Und wenn wir da hochgelaufen sind, können wir hier rüberspringen. Dann können wir hier rüberspringen. Jetzt gehe ich mal lieber in die Reisegestalt. Und dann können wir einfach hier rum. Und hier oben, seht ihr, liegt dann das erste Item drauf. Und damit haben wir dann auch dementsprechend das erste Ding rausgezogen. Und ja, damit gibt es dann auch den Raumöffner, den wir für ein anderes Achievement noch brauchen werden. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar befinden wir uns jetzt hier unten bei dem kleinen See auf den Koordinaten 34, 70. Und jetzt benötigen wir unseren kleinen Freund, den wir beschwören können. Den holt ihr am besten erstmal raus. Dann haben wir hier an der Seite, seht ihr, hier bei dem See so eine Qualle dran. Und jetzt brauchen wir bei dem eine von diesen Skillungssachen. Und zwar Verständnis des Dakar-Paarischen. Und wenn wir das haben, können wir quasi mit dieser Qualle hier interagieren. Mit einer Energie können wir diese Qualle übernehmen. Und dann, wenn wir die haben, können wir einmal den Schatz uns besorgen. Mal schauen, wo der ist da unten. Ah, seht ihr, die Qualle schwimmt jetzt einmal da runter, oder? Mal schauen. Richtung Schatz, ich hoffe es doch. Ah. Die müsste dann den Schatz einmal hochholen. Also dieses, was ihr braucht, Verständnis des Dakar-Paarischen, Das ist einfach eine Skillung in eurem Skillbuch, das ihr quasi bei Firmen hier habt. Und dementsprechend müsst ihr das halt einmal skillen. Dann könnt ihr mit verschiedenen Konstrukten in der ganzen Zone interagieren. Unter anderem mit der Qualität, die da an der Seite liegt. Es kann sein... Ne, ich sehe es gerade, ich bin mit einem zweiten Account auch hier. Also das kann man tatsächlich nur selber dann looten. Und, oh, ich habe sogar ein Legendary-Mutt-Teil rausgekriegt. Und hier haben wir dann einmal den Piratenhut von Pocopoc. Den brauchen wir auch noch fürs Achievement. Dann kommen wir zum nächsten. Jetzt sind wir hier ein Stück weiter auf den Koordinaten 37, 66. Und hier oben haben wir ein gestohlenes Relikt. Und das wird es ein bisschen tricky. Okay, und zwar müssen wir da hoch. Sobald ihr fliegen könnt, ist das wahrscheinlich eine relativ einfache Sache. Ich empfehle euch mal, was ich jetzt auch gemacht habe, einfach zu den Ventier zu switchen. Wenn ihr nämlich zu den Ventier switcht, habt ihr die Möglichkeit, dieses Schattentor zu holen. Und damit können wir einfach mit dem Schattentor uns schon mal hier hochporten. Wahrscheinlich könnt ihr mit verschiedenen Fähigkeiten hier auch einfach so hoch. Und ich mache es jetzt aber ganz gechillt. Ich werde mich jetzt mit dem Schattentor hier in die Mitte porten. Und sobald es wieder ready ist, einmal versuchen, weiter hochzukommen. Dann müsst ihr da nicht rumjumpen. Man kann wahrscheinlich hier auch hochjumpen, aber mit dem Schattentor macht ihr es euch wesentlich einfacher. Kleine Randinformation an der Stelle. Ihr könnt ja mittlerweile zu jedem Covenant einfach hin- und herswappen. Also es ist nicht schlimm, wenn ihr nicht mit eurem Main oder mit dem Schar, wo ihr es macht, bei den Ventier seid. Ihr könnt jederzeit wieder zu den Ventier kommen, wieder zurück. Und ihr verliert nichts dabei. So viel zu der Geschichte. So, Dala, Schattentor ist wieder ready. Jetzt probieren wir mal hier hochzukommen. Und ihr seht, wunderbar, muss dann halt nur eine Minute warten, was das Abklingzeit hat. Dann können wir hier einmal die Kiste aufmachen. Und damit ist das nächste abgeschlossen. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar schimpft sich das dankbares Geschenk. Ich starte jetzt hier auf den Koordinaten 4075. Wenn ihr fliegen könnt, dann könnt ihr da einfach hinfliegen. In dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, kann man noch nicht fliegen. Und dementsprechend müssen wir da jetzt mit dem Tor uns einmal ein bisschen hochporten. Und zwar bin ich jetzt hier auf diesem Dach drauf. Ihr seht, da kann man einfach hochlaufen, auf das Dach hier rauf. Und jetzt werden wir einfach das Ventier-Port-Ding nehmen und einfach versuchen, da möglichst hochzukommen. Also, jetzt gehen wir mal hier auf das Plateau hoch. Und dann schauen wir mal, wie weit können wir uns porten. Ne, das sieht schlecht aus. Da kommen wir nicht hoch. Vielleicht kommen wir da hinten. Ne, das sieht auch schlecht aus. Also werden wir uns hier hochporten. Ich glaube, da muss dann jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg auch finden. Äh, äh. Da kommen wir auch nicht hin. Ja, ich glaube, wir müssen kleine Steps machen. Dann werde ich mich erstmal da hochporten. Und dann werden wir halt wahrscheinlich ein paar mehr Ports brauchen. So, also jetzt sind wir auf der Ebene. Ich denke mal, in der Minute kann ich mich dann quasi hier hochporten. So, die Abklingzeit ist wieder runter. Jetzt gucke ich mal, wenn ich jetzt ganz an die Wand ranlaufe, kann ich mich hier hochporten. Das sieht schon mal gut aus. Hier komme ich auch hoch. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt bald schon relativ weit oben am Berg. Uh, der Cooldown ist wieder runter. Dann porten wir uns noch ein Stück weiter hoch im Berg. Schauen wir mal. Irgendwo da hoch. Schauen wir mal, ob wir von hier aus noch irgendwo rüber können. Äh, das sieht schon gut aus. Ich glaube, irgendwo da hinten müsste der Schatz sein. Ja, ich meine, ich muss da rüber. Genau. So, das waren jetzt eigentlich nur drei oder vier Ports, ne, maximal. Jetzt sind wir hier oben. Und jetzt müssen wir so Typen befrieden. Und zwar hier mein Add-on. Das ist übrigens Handy No Shadowlands. Das sagt mir auch schon, dass wir dementsprechend zwölf von den Kreaturen besänftigen müssen. Nicht befrieden, sondern gesänftigen. Sprich, wir können sie einfach anklicken. Und dann kommt hier einmal dieses Streicheln-Ding. Außer Reichweite. Perfekt. Er ist einfach weggelaufen. Bleibt doch da. Ich will die nur nur streicheln. Okay. Ich streichel die mal und dann sehen wir uns wieder, sobald die Kiste kommt. So, oder lahm. Also, ich war jetzt zwar ein bisschen tricky, aber ich habe die ganzen aufgebrachten jetzt hier so ein bisschen beruhigt. Einmal gestreichelt. Und den letzten, der ist hier oben auf dem Ball. Da habe ich jetzt einfach nochmal den Schattentor hoch benutzt. Dann können wir den auch nochmal streicheln. Und dann müsste ich alle zwölf Stück haben. Okay. Und jetzt müssen wir, glaube ich, mit dem Typen hier quatschen, oder? Oder mir fehlt noch einer. Schauen wir mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Irgendeiner fehlt mir. Ich muss nur einen suchen. Gucken wir mal. So, oder lah. Den letzten haben wir auch gefunden. Und zwar, hier ist die Kugel. Seht ihr? Und da ist dieses Plateau mit den Mobs. Und hier oben, da hampelt auch noch einer rum. Den habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen gehabt. Also, den müssen wir uns anscheinend auch noch besorgen. Oh, der wird auch noch gestreichelt. Ich hoffe, der läuft jetzt nicht weg. Bleibt da. Oh, nein. Also, das hier ist echt ein bisschen nervig, ne? Dass die Viecher mal anfangen, wegzulaufen. Na komm, ich krieg dich. So, perfekt. Okay, jetzt müssten wir alle zwölf haben. Ah, man muss nicht mit ihm quatschen. Man kriegt hier einfach direkt die Kiste. Und damit haben wir dann auch das nächste fertig. Und können dann einmal nochmal weiter. So, dann sind wir beim nächsten Schatz. Und zwar sind wir jetzt hier unten bei den Koordinaten 47, 91. Und hier ist ein Schatz in dem Gebäude drin. In dem da hinten. Und da ist eine Tür, die verschlossen ist. Jetzt müssen wir hier uns, ja, einen Weg suchen, wie wir die Tür öffnen. Und ich habe schon bei meinem Add-on hier einmal geguckt. Das sagt mir, ich muss einmal Nass-Center-Diener töten, während sie einen Buff drauf haben. Und dieser Buff schimpft sich Schöpfungskatalysator und dann irgendwas, ne? Also man muss die Mobs umhauen, während die diesen Buff haben. Und sobald man den Mob dann umgehauen hat, während er den Buff hat, kann man dementsprechend den Buff sich selber hochstacken. Und wenn man den auf 5 gestackt hat, dann geht die Tür auf. So soll es zumindest funktionieren. Ich würde sagen, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Also, wir pullen jetzt mal so einen ran. Ihr seht, hier haben wir auch nochmal einen. Die werden dann kurz groß, wie ihr seht. Und dann muss ich sie quasi toten. Also eigentlich, das muss ich jetzt langsam machen. Fuck, der muss jetzt nochmal sich buffen. Okay, der ist gestorben. Das hat schon mal gut funktioniert. Sollte man wahrscheinlich am besten nicht mit so vielen Dots arbeiten. Ah, fuck, mein Add tötet den. Ah, doch, es hat funktioniert, ne? Ich habe schon 2 von den Buffs. Gut, jetzt brauchen wir noch 2 Stück. Also er hatte ihn zwar eigentlich nicht, dachte ich, als er gestorben ist. Aber irgendwie hat es doch funktioniert. Dann tüten wir jetzt hier mal noch ein paar mehr. Ich kann eigentlich meinen kleinen Mob nochmal rausholen, dass er mit draufhaut. Und das darf halt jetzt am besten nicht auslaufen, ne? Wir machen jetzt halt schon ein bisschen mehr Schaden. Jetzt haben wir 3 Stacks drauf. Hier, also den einen brauchen wir noch. Und dann müssten wir, wenn wir rüber zur Tür laufen, die öffnen können und den Schatz rausholen. Okay, jetzt haben wir 5 Stacks. Jetzt beeilen wir uns mal. Ach, schau mal, ein Twink hat auch die Stacks. Perfekt, den nehmen wir jetzt noch mit. Ah, seht ihr? Und jetzt kann ich die Tür aufmachen. Easy. Gut, und da hinten ist jetzt dann einmal der Schatz drin. Da müsste dann auch nochmal so ein Hut dabei sein. Ah, wir haben ein Spielzeug und einen Hut tatsächlich drin. Wunderbar. Dann können wir zum nächsten weiter. So, da la, dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar jetzt hier unten auf den Koordinaten 49, 86. Und hier müssen wir uns wieder ein bisschen mit, ja, ein bisschen jumpen, um dementsprechend relativ weit oben an einen Schatz ranzukommen. Ihr seht schon, das sieht schon ein bisschen schwieriger aus. Wir werden das Ganze einen Ticken einfacher machen und einfach wieder das Schattentor usen und einen Ticken warten zwischenrein. Ihr könnt natürlich, wenn ihr skilled seid, da hochhüpfen. Und irgendwo da oben auf dem Ast sollte die Kiste drauf sein. Gut, der Cooldown ist wieder weg. Ich habe jetzt rausgefunden, das müsste da oben in dem Nest sein. Da poppen wir uns jetzt mal hoch. Da, wo der Gegner ist. Oh, ich bin jetzt hier so ein bisschen... Ah ja, genau. Und da müsste das Ding dann liegen. Ah, seht ihr? Geklautes Artefakt. Dann killen wir den Mob schnell. Können wir uns das einmal rauslooten. Also man kann hier bestimmt auch einfach hochhübsen. Oder wenn ihr zu der Zeit schon fliegen könnt, dementsprechend das Fliegen benutzen. Aber, ähm, ja. Mit dem Port ist es relativ easy mit dem Venture-Ding. Dann kommen wir zum nächsten Item. Und zwar sind wir jetzt hier einmal auf den Koordinaten 48, 47, äh, 77, so rum. Und zwar müssen wir jetzt in die Höhle rein. Und in der Höhle drin ist ein Item, das schimpft sich Wogen, das Blattwerk. Und um da ranzukommen, müssen wir jetzt erstmal verschiedene Schalter drücken. Und zwar sind es insgesamt vier an der Zahl. Drei sind drinnen und eins soll draußen sein. Jetzt hier mit Handy Notes kann man sich das auf der Map einmal anzeigen lassen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einmal. Also wir müssen einmal, ähm, hier das Ding kaputt machen. Dann können wir hier den ersten Katalysator drücken. Geht, glaube ich, die Tür auf. Hier können wir nochmal was kaputt machen. Und da müssten wir die erste Teleport-Sperre haben. Die haben wir jetzt aufgemacht. Dann müssten wir jetzt, achso, da müssen wir nochmal draufklicken, dass die Tür aufgeht. Die Tür geht auf. Und dann geht es einmal rein. So, und hier oben ist nämlich das Item, was wir haben wollen. Um da ranzukommen, müssen wir jetzt halt die anderen Dinge auch noch anklicken. Und die müssten jetzt hier in den Räumen sein. Seht ihr? Eins, zwei, drei. Die klappern wir jetzt mal schnell ab. Und wo haben wir es denn? Also hier müsste eins schon mal drin sein. Sieht so aus, ob es in der Mitte vom Raum ist. Oder auch nicht. Ah, schau mal, da muss ich wieder die Wurzeln kaputt machen. Jetzt killen wir erstmal die Mobs weg. Ich dachte mir, das steht einfach so rum, aber anscheinend sind die Sachen immer eingewurzelt, so wie es aussieht. Also Wurzeln zerstören. Dann können wir das Ding anklicken und damit haben wir die zweite Rune. Stealthen hier, oder? Da müssen wir die ganzen Mobs nicht machen. Dann haben wir hier die nächste. Das Ding wieder an. Da müsste die letzte drin sein. Hier haben wir einmal... Ah, seht ihr das? Unter dem Gebüsch. Also das sieht man echt richtig schlecht. Hätte ich es jetzt nicht auf der Map gemerkt gehabt, dann hätte ich es nicht gesehen. Warte, jetzt schaue ich, dass ich nochmal Shadowmelt. Ich habe das Ding jetzt, glaube ich, aufgemacht, aber... Da kommt es ja ganz, ganz schlecht dran. Hier müsste das sein... Ich glaube, ich habe es schon angeklickt. Jetzt gucken wir mal in die Mitte. Ob ich mich damit porten kann oder ob die jetzt noch fehlt. Hier müssten wir jetzt einen Teleport haben nach oben. Ah, da ist der Teleporter. Da seht ihr das? Schauen wir mal, können wir den klicken? Ah ja, okay. Nee, das geht anscheinend nicht, wenn man im Combat ist. Dann holen einen die Mobs wieder raus. Müssen wir die doch töten. Also anscheinend habe ich das eine in diesem Blattwerk drin angeklickt, ne? Aber das sieht man echt schlecht. Wahrscheinlich ist es besser, wenn man den Mob vorher tötet. Ich dachte, mir den spare ich mir jetzt an der Stelle. So. Also, dann porten wir uns. Doch nicht. Ach, da unten hat mich noch einer behakt. Okay, also anscheinend geht das echt nicht, wenn du im Combat bist. Gut, jetzt sind wir hier oben. Und dann können wir das Teil anklicken. Da müsste dann auch nochmal so ein Raumöffner rauskommen. Genau, und ein Toy haben wir auch noch dabei. Gut, das war es auch schon. Hier seht ihr den Raum nochmal, ne? Also in jedem von den Kleinen war eins drin. Und dann quasi den Port im Großen benutzen. Und dann habt ihr das Item auch schon. Beziehungsweise das eine draußen hat halt auch noch gefehlt. Dann kommen wir zum nächsten Schatz. Und zwar, wir wollen uns jetzt hier das verwechselte Ovid aufheben. Und dafür müssen wir aber erstmal Materialien sammeln. Und zwar fünf Stück verlorenes Ovid. Und ich habe hier schon mal draufgeklickt bei meinem Handy. Note Shadowlands. Und ihr seht, jetzt wird auf einem Map angezeigt, wo diese überall spawnen können. Ich habe mir hier schon eins geholt. Hier ist jetzt das nächste an der Stelle. Und das sind diese kleinen Kugeln. Seht ihr das? Also die könnt ihr einfach anklicken. Da würde ich euch empfehlen, auch euch Handy in Note Shadowlands draufzuladen. Oder das Video kurz zu pausieren. Zu schauen, wo die ganzen Dinger sind. Und sie dann halt abzulaufen. Je nachdem, wenn ihr euch das Editor nicht draufziehen wollt. Genau. Wir werden jetzt mal die noch ein bisschen abklappern. Zwei habe ich jetzt schon. Fünf braucht man anscheinend, um dann das Ding öffnen zu können. Denn die sind relativ klein und man sieht sie sehr, sehr schlecht tatsächlich. Jetzt muss ich mal gucken. Die müsste irgendwo hier sein. Schwierig. Ich weiß auch nicht, ob manche vielleicht auch nicht immer da sind. Das kann natürlich auch sein, dass man die da nicht immer kriegt. Also hier sehe ich jetzt ehrlich gesagt keins. Da kann ich nichts anklicken. Gehen wir mal zum nächsten Ding weiter. Hätten wir noch einen Spot. Bin bei so kleinen Sachen finden auch immer echt schlecht, muss ich ehrlich gestehen. Wahrscheinlich ist das da oben irgendwo drauf. Da sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts. Wird auch gesagt, dass die anscheinend auch nicht immer da sind. Also ich werde jetzt da mal ein paar Dinge abklappen. Und dann schauen wir mal, sobald ich da die Teile habe. Ah, ich habe auch noch mal eins gefunden. Und zwar jetzt hier. Da oben in der Kugel liegt noch mal eins drin. Aber wie gesagt, es kann halt sein, dass die dann bei euch an anderen Positionen sind. Die können ja anscheinend in der halben Zone hier spawnen, die Teile. Das war dann bei mir noch mal drei. So, das nächste ist jetzt bei mir hier unten gespawnt. Und zwar seht ihr, da haben wir noch mal eine kleine Kugel. So, dann habe ich das letzte gefunden. Und zwar jetzt hier oben. Und da haben wir auch noch eine Kugel. So, dann haben wir die fünf Items zusammen. Jetzt sind wir zurück hier an der Höhle unten. Jetzt müssen wir hier einmal reinlaufen. Und dann haben wir hier dieses Huhnhocken. Und jetzt müssen wir hier diese Items anklicken. Diese fünf Teile da hingeben. Und dann geht es vom Ei runter. Und wir können dann einmal hier das Ding looten. Und da kriegen wir dann auch einen Bauplan, wo wir dann was craften können. Das scheint ein Pet zu sein. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und weiter geht's. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar, ich befinde mich jetzt hier bei den Koordinaten 59, 75. Und hier gibt es einen Schatz, untergetauchte Truhe. Und für die müssen wir erstmal ein Item besorgen. Und zwar hier hinten, wo ich jetzt gerade bin. Dort müssen wir eine Kugel aufsammeln. Und diese Kugel müssen wir zu so einer Pumpstation bringen. Und dann kommt die Truhe einmal hoch. Also ihr seht, hier haben wir den Weg einmal an dem Fluss entlang. Und hier ist eine Kugel. Und zwar schimpft sich die gefährliche Kugel der Macht. Und die können wir einmal aufnehmen. Sobald wir die aufgenommen haben, müssen wir die hier rüberbringen. Zu dieser Pumpstation. Und zwar müsste da so ein Teil sein. Genau, vergessene Pumpe. Die können wir einmal anklicken. Und dann müsste hier die Kiste nach oben kommen. Und da dürfte dann auch wieder so ein Hut drin sein. Den wir brauchen. Jetzt schauen wir mal. Genau. Admiralshut haben wir da drin. Und ja, dann schauen wir mal weiter zum nächsten. So, dann sind wir an der nächsten Kiste dran. Und zwar sind wir jetzt hier unten bei einer Höhle auf den Koordinaten 59, 81. Und da müssen wir in die Höhle rein, bis hier hinter zu so einer Kiste. Und diese Kiste können wir erst öffnen, wenn wir einen bestimmten Buff drauf haben. Um diesen Buff zu erhalten, müssen wir so kleine Täflchen anklicken. Und dann gibt es verschiedene Runen. Und wir brauchen halt so einen Kreuz-Buff. Also ihr seht, da sind diese Täflchen. Und ich habe vorhin das gerade mit einem Twink gemacht. Und da war es tatsächlich diese hier. Diese Tafel. Genau, das ist anscheinend die richtige. Da gibt es dann einmal diese zwei Striche mit den kleinen Kreuzen oder Dreiecken an der Seite. Und dann können wir auch schon das Ding anklicken. Und haben die Quest hier, beziehungsweise die Kiste erledigt. Und dann auch eine Quest erhalten. Ich zeichne dann mal auf der Map. Also hier ist der Höhleneingang. Einfach hinten reinlaufen. Links die Tafel anklicken. Rechts die Kiste aufmachen. Dann sind wir am nächsten Spot. Und zwar wollen wir uns jetzt hier eine Kiste erholen, die auf dem Berg oben ist. Vergessenes Portoarchiv schimpft sich das. Und dafür brauchen wir aber eine bestimmte Worldquest. Und die Worldquest heißt Verfroscht. Die ist bei mir auch gerade ab. Da kann man dann hier unten, wo man Hunter steht, auf so einen Froscht draufklicken. Der springt dann direkt hier auf diese Bergspitze oder auf dieses Plateau halt hoch. Und sobald ihr hier oben seid, müsst ihr eigentlich diese, ich würde jetzt mal sagen Eier oder was das sind, kaputt machen. Wir wollen jetzt aber hier auf diesen Berg hoch, um dementsprechend einmal uns die Kiste holen zu können. Da können wir einfach dann hier so ein bisschen hoch hüpfen. Und mit Fähigkeit 1 quasi ein bisschen springen. Und mit der Fähigkeit 3 können wir einfach komplett nach oben. Und ihr seht, hier ist auch schon die Kiste. Schauen wir mal, ob ich schnell genug bin. Ja. Dann müsst ihr einmal hier aussteigen. Aus dem Ding. Also ich zeige euch nochmal, wo wir jetzt sind. Da unten irgendwo kann man auf den Frosch draufklicken. Der hopst euch direkt hier hoch. Und dann könnt ihr eigentlich relativ schnell hier auf den Berg rauf, wo ich jetzt gerade bin. Und da ist dann einfach diese Kiste drauf. Übrigens, wenn ihr das Mountcraft noch nicht freigeschalten habt, wie es bei mir jetzt in dem Fall auch der Fall ist, dann spawnt hier oder ist in der Kiste kein Plan drin. Wenn ihr das dann freigeschalten habt, könnt ihr hier nochmal herkommen. Dann liegt der Plan daneben und dann könnt ihr euch den ganz normal looten. Also ihr kriegt den dann trotzdem. Müsst dann halt zweimal her. Muss ich dann morgen oder die Tage halt nochmal hier herangucken. Dann sind wir an der nächsten Kiste dran. Und zwar schimpft sich die stibitzte Kuriositäten. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Wenn ihr nicht fliegen könnt, so wie ich auch jetzt in dem Fall, dann müssen wir ein bisschen schauen. Also wir sind einmal hier oben bei dieser Plattform, bei den Koordinaten 60, 42. Ich bin jetzt schon mal hier von der Plattform mit dem Venture Port einmal hier rüber, ne, auf diesen kleinen Vorsprung. Und jetzt probiere ich mal, auf diese Kugel da irgendwie hochzukommen. Das wird wahrscheinlich nichts. Okay, dann porte ich mich jetzt erstmal hier hoch. Und dann in der Minute kann ich mich hoffentlich hier auf die Kugel drauf porten. Wir müssen nämlich hier nach oben. Also mein Plan ist jetzt quasi Plattform, hier, hier, Kugel, ganz nach oben. Mal gucken, ob das klappen wird. So, der Cooldown ist schon abgelaufen. Jetzt kann ich mit dem Venture Port mich hoffentlich hier oben hoch porten. Mit meinem Hunter habe ich es schon geschafft. Der ist schon einmal oben. Perfekt. Und jetzt müssen wir quasi noch da rüber, ne. Also ihr seht, hier oben im Nest ist es, glaube ich, drin. Also wahrscheinlich muss ich mal schauen, ob wir da rüber kommen und dann nochmal übers Nest einmal hoch, hätte ich gesagt. Gut, ich habe mich jetzt hier schon, wie ihr seht, von der Kugel hier rüber geportet. Und jetzt machen wir den letzten Port noch. Einmal oben ins Nest rein. Ach, okay, das geht nicht ganz. Machen wir das mal so. Da haben wir noch so ein Vogel. Den könnte ich wahrscheinlich sogar skippen, weil der ist kurz desorientiert, wenn ich mich in den reinporte. Aber den können wir jetzt einfach mal fix. Dann können wir das Ding hier aufmachen. Da gibt es dann nochmal einen von diesen Köpfen raus. Dann kommen wir zur nächsten Kiste. Und zwar haben wir hier eine Herrschaftstruhe. Und die befindet sich einmal hier relativ weit oben bei den Koordinaten 60, 18. Und für diese Herrschaftskiste brauchen wir aber einen Schlüssel, um die öffnen zu können. Wir machen die jetzt mal auf. Ich habe den, oder warte mal, ich zeige euch erst mal den Schlüssel. Der heißt Dominanzschlüssel. Und diesen Dominanzschlüssel könnt ihr von Mobs bekommen, die auch hier in der Gegend rumstehen. Ihr seht, hier ist einiges Stuff drin. Ist sogar auch ein Schwert dabei. Nicht so verkehrt. Und zwar sind das insgesamt drei Arten von Mobs, die das droppen können. Ich kann euch die mal zeigen. Das sind nämlich alles relativ große Elite-Mobs, Die meisten findet man hier hinten so ein bisschen in der Mitte. Jetzt gucken wir mal. Genau, hier haben wir einen. Schlundgebundenen Inquisitor. Dann gibt es noch einen, der genauso aussieht, der einen anderen Namen hat. Auch einen Inquisitor, auch einen Inquisitor. Genau die hier. Den Provokant. Der kann das droppen. Und diese Nasrasim-Typen. Diese drei verschiedenen Gegnerarten können diese Schlüssel droppen. Zu 1%. Ist jetzt nicht sonderlich hoch. Aber wenn man, wie ich, da eine Gruppe macht, Am besten, wenn dann selber eine Gruppe aufmachen im Tool Und das Domination Key nennen. Domination Key Farm. Oder halt nach Domination Key im Tool suchen. Dann könnt ihr hier einfach, wenn ihr einen vernünftigen Tank habt, Die ganzen Viecher zusammen pullen. Und zur Wecker ehen. Und nach ein paar Kills habt ihr sie dann. Also ich habe jetzt vielleicht 10 Minuten gefahren. Ich habe jetzt von anderen Leuten gehört, dass es bei denen ein bisschen länger gedauert hat. Aber das geht. 1% Drop Chance. Hier laufen einige rum. Und zwar nicht nur hier in der Mitte, sondern eigentlich hier in dem ganzen Gebiet könnt ihr diese Typen zusammensuchen. Da sind noch ein Haufen andere Elite-Mobs. Die droppen das aber nicht. Nur die drei, die ich euch jetzt eben genannt habe, können diese Keys droppen. Um die 1% rum. So, dann kommen wir zum nächsten Teil. Und zwar ist es jetzt einmal hier auf den Koordinaten 46, 30. Das ist ein bisschen weiter oben. Das heißt Protomineralien-Extraktor. Und das ist auf der Säule hier drauf. Also warte, wir können mal ein bisschen weggehen von dem Ding, dass ihr es besser seht. Also hier haben wir den Weg lang. Und da oben auf der Säule ist es drauf. Ich werde jetzt versuchen, mich mal hier irgendwo hoch zu porten mit dem Venture-Port und da ranzukommen. Sobald ihr fliegen könnt, sollte es relativ einfach sein, vermute ich mal. Ja, Venture-Portal muss man halt jetzt ein bisschen gucken, dass man sich da hoch wieselt. Also so müsste es auf jeden Fall schon mal gehen. Schauen wir mal, ob wir schon ein bisschen bessere Sicht haben. Also ich glaube, hier müssen wir hoch. Eventuell kann ich dann da hoch oder gleich ganz hoch. Und sonst werden wir jetzt irgendwo mal hier versuchen, weiter hoch zu kommen. Mal gucken, was da am besten klappt. Gut, ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie ich gleich ganz hoch komme. Und zwar müsst ihr die Kamera nach oben drehen und dann so seitlich. Dann könnt ihr gleich ganz nach oben gucken und dann euch da hin porten. Also das funktioniert tatsächlich. Jetzt bin ich hier oben und da können wir das Ding anklicken. Dann haben wir da eine Axt drin. Gut, eine Axt kann ich jetzt mit dem leider nicht transmog-technisch verwenden. Aber da muss ich noch mit dem Twink ran. Das Schöne ist, ich muss nicht mit dem Twink ran. Ich habe mich mit dem Hunter auch noch hochgeportet. Und mit dem kann ich die Axt-Vorlage lernen. Nein, perfekt. Dann haben wir den Schatz uns auch einmal eingetütet. Ich zeige es nochmal auf der Map. Also hier oben ist das Ding einmal drauf. Mit zwei Ports ging es doch relativ schnell. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar sind wir jetzt hier ganz oben. Ihr könnt hier mit diesem Port-Ding einmal euch rüberfliegen lassen. Und dann hier am Rand bei den Koordinaten 51-9. Seht ihr, ich bin da hier von dem Bossraum, also da ist ja der World-Boss drin, hier an den Rand gelaufen. Und jetzt hier unten ist das Item, was wir haben wollen. Heißt, wir springen da jetzt einfach ein bisschen runter. Ich bin jetzt auch mal gestelft, dass ich da nicht unbedingt von den Mobs entdeckt werde. Jetzt schauen wir mal. Okay, also wenn man rückwärts runterläuft, dann läuft das. Und ja, dann haben wir den nächsten Schatz und auch nochmal so einen Raumöffner mit dabei. Und hier haben wir auch ein Port-Ding, oder? Schauen wir mal, können wir da wieder hochporten? Wunderbar, können wir uns sogar nochmal hochporten. Dann kommen wir zur nächsten Kiste. Und zwar sind wir jetzt hier in der Mitte der Map bei den Koordinaten 51-62. Und hier haben wir einmal das symbiotische Archiv. Und da müssen wir einmal hier in diese Höhle rein. Und sobald wir drin sind, müssen wir aber erstmal ein Schild von der Kiste entfernen. Die ist nämlich hier hinten. Und dafür müssen wir diese Konsolen in der richtigen Reihenfolge anklicken. Als allererstes nehmen wir die rechte Konsole hier, also die rechts hinten. Dann laufen wir einmal hier hinten rum und nehmen die links vorne. Dann nehmen wir die rechts vorne, das ist die hier. Und dann haben wir noch eine und zwar ist die hier links hinten. Und ihr seht, das Schild geht weg. Wir können das Ding aufmachen. Und da ist dann auch der letzte Raumöffner drin. Jetzt haben wir nämlich insgesamt sieben Stück, wie ihr seht. Dann haben wir die nächste Kiste. Und zwar habe ich mich jetzt einmal mit diesem Flugding hier rüberfliegen lassen. Auf diese Insel, wo auch der Raid drauf ist. Und da sind wir jetzt auf den Koordinaten 75-47. Wir haben hier drüben auf den Koordinaten 77-58 eine Kiste. Synthetisches Gewölbe, so rum. Und da gibt es auch ein Toy unter anderem raus. Und dafür müssen wir aber erst uns ein paar Buffs holen. Diese Buffs heißen Silbererinnerung. Und da brauchen wir insgesamt sechs Stapel. Und die können wir uns jetzt hier auf der Map, habe ich die mir schon anzeigen lassen mit Handynotes. Und ja, ich würde sagen, die klappern jetzt mal ab und dann schauen wir mal, ob wir die Kiste aufmachen können. Das erste haben wir hier hinten. Und dort sind wir jetzt, wie gesagt, auf 76-46. Und jetzt kriegen wir hier einmal den Buff drauf. Der hält fünf Minuten. Also wir müssen uns schon einen Ticken ranhalten, dass wir uns alle holen können. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir mal da hoch zu dem anderen. Das eine scheint jetzt hier hinter der Raid-Instanz zu sein. Also wir müssen uns irgendwie hinter dieses Gebäude begeben. Dann haben wir eins auf der anderen Seite. Hier eins und dann hier hinten bei den Kisten. Ich habe jetzt mal absichtlich mit dem angefangen, das am weitesten weg ist. Schlichtweg, dass wir da nicht so viel Zeit verlieren. Aber gut, ich denke mal, fünf Minuten müsste eigentlich reichen. Also ihr seht, hier haben wir die Raid-Instanz. Dann können wir hier hinten das zweite Ding auch anklicken. Beistäpel. Schauen wir mal. Kommen wir da hinten vorbei? Äh, nein. Das sieht leider schlecht aus. Okay. Also wir müssen jetzt dann auf der anderen Seite nochmal rum. Wahrscheinlich wäre es dann tatsächlich besser gewesen, wenn wir hier angefangen hätten. Dann hier, hier und so rum, ne? Aber gut, das kannst du nicht wissen, dass da hinten zu ist. Ich dachte jetzt, da kann ich vielleicht langlaufen. Vorne rum. Dann müsste das andere oben sein, schätze ich mal. Oder ist das unten? Ah, nein, das ist unten, seht ihr? Ja, dann jumpen wir da mal runter. Holen uns das Ding. Also wenn ihr hier nicht so einen Sprung oder irgendwas habt, wo wir den Fallschaden abbremsen könnt, dann würde ich mir das nochmal überlegen, ob ihr da runterspringt. Aber für mich hat es jetzt tatsächlich ganz gut gepasst. Dann haben wir hier zwei und hinter dem Raid ist dann nochmal eins. Ich weiß jetzt nicht, ob die die Zeit nochmal refreshen, aber es sieht so aus, ne? Weil es immer noch fünf Minuten sind. Also denke ich mal, müsste passen. Ich frage mich, warum die da genau nebeneinander sind. Vor allem, wir brauchen ja sechs Stapel, ne? Also ich habe jetzt irgendwie drei, ach ne, vier, fünf, ja doch, das geht auf. Ich wollte gerade sagen. So, also hier haben wir das nächste. Und dann müssen wir jetzt hier runter, wo dann auch die Kiste ist und da müssten dann nochmal zwei sein. Gucken wir mal, nicht, dass ich rippe. Ah, schau mal, da ist noch eins. An dem Wasserfall dran. Letzte müsste dann hier hinten. Ah, seht ihr, das liegt hier innen drin. Da ist dann auch die Kiste in der Höhle. Man kann die jetzt anscheinend immer da anklicken, wo die Rune leuchtet. Gut, dann haben wir jetzt sechs Stapel. Und jetzt müsste ich das hier eigentlich anklicken können. Jawohl, das Ding geht auf und wir können einmal die Kiste aufmachen. Und damit haben wir das auch abgeschlossen und damit auch einmal das Toy geholt. Dann kommen wir zur Kiste Reserve des Architekten. Und die Kiste ist jetzt schon ein bisschen trickier. Wir müssen einmal hier auf die Koordinaten 61, 36 und dann in ein Gebäude rein. Dieses Gebäude ist aber leider versperrt. Und in dem Gebäude drin ist einmal die Reserve des Architekten. Um da reinzukommen, müssen wir erstmal eine Skillung freischalten. Die Skillung schimpft sich Verständnis des Sopranischen. Und ich habe euch hier mal auch einen Screenshot mitgebracht. Das müsste das hier sein. Also sprich in der dritten Reihe, das zweite. Das hat auch einen Timer, dauert ein paar Tage zu erforschen. Das braucht ihr auf jeden Fall. Und sobald ihr das erforscht habt, habt ihr nämlich die Möglichkeit, eine Quest zu beginnen. Die Quest startet dann hier in dem Lager. Und zwar hier im Handynode steht das schon. Das ist dann die Quest Finde Tully. Und die startet bei ältester Amir. Der ist wie gesagt hier in dem Lager einmal drin. Das sind, würde ich jetzt mal sagen, zehn Quests overall. Unter anderem muss man auch hier so einen Mob töten. Wenn man diesen Mob getötet hat, das ist nämlich der hier. Dann droppt ihr einen Schlüssel. Und dann könnt ihr nämlich hier mit dieser Portkugel interagieren. Vorher könnt ihr das nicht machen. Heißt, wenn ihr diese Skillung nicht habt, könnt ihr die Quest nicht machen. Und wenn ihr die Quest nicht habt, kriegt ihr halt diesen Port nicht freigeschalten und kommt hier nicht rein. Sobald ihr diese Quest freigeschalten habt, könnt ihr euch hier reinporten. Ihr werdet dann aber feststellen, dass ihr euch hier reinporten könnt. Aber um diese Kiste ist dann nochmal so ein Feld rum, wo ihr dann dementsprechend nicht mit der Kiste interagieren könnt. Deswegen müssen wir noch einen weiteren Schritt machen. Wir müssen die Questreihe zu Ende spielen. Dann einen Tag warten. Und dann können wir nochmal eine andere Quest machen. Die startet dann auch wieder im Lager. Das ist dann einfach ein Dude, der daneben steht. Der schickt euch dann hier in diese Schmiede rein. Dann könnt ihr nämlich diese Maunts auch herstellen in der Mauntschmiede. Und wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr quasi der Architekt in Anführungszeichen. Und dann könnt ihr euch hier wieder reinporten. Diese Hülle um diese Kiste verschwindet dann. Und dementsprechend könnt ihr die Kiste aufmachen. Das machen wir jetzt an der Stelle mal. Und hier gibt es dann auch noch dieses Monokel einmal. Peakfiner Pocopoc schimpft sich das. Und da haben wir nochmal eins von diesen Kostümen für unseren kleinen Mob. Mehr ist es eigentlich nicht. Wie gesagt, es gelungen holen, Quest machen, Tag warten, nächste Quest machen. Und dann könnt ihr das Ding auch holen. Gut, damit sind wir mit dem auch durch. Dann kommen wir einmal zum letzten Schatz, der mir mit dem Main hier noch fehlt. Und zwar sind wir in Terramortis relativ weit unten unterwegs. Hier auf den Koordinaten 63, 73. Und hier stehen wir vor dem Eingang eines Gewölbes. Und in dem Gewölbe ist dann einmal die reife Brote Birne drin. Und um in dieses Gewölbe reinkommen zu können, müssen wir erstmal was skillen. Bei Firim wieder in dem seiner kleinen Zuflucht. Und zwar haben wir hier Verständnis des Sopranesischen. Ich zeige euch das einmal hier bei meinem Twink. Das ist nämlich hier das hier. Verständnis des Sopranesischen. Das hat auch ein bisschen eine Zeit zum Erforschen. Also das braucht ihr als erstes. Und sobald ihr das erforscht habt, kriegt ihr hier, seht ihr, eine Quest angezeigt. Und diese Questreihe müsst ihr machen. Das sind 5, 6 Quests, die ihr machen müsst. Und dann wird euch dementsprechend hier der Eingang freigeschaltet. Und sobald ihr das absolviert habt, könnt ihr dann einfach hier die Tür aufmachen. Und jetzt können wir einmal zu dieser Frucht hin. Und da müssen wir jetzt auch noch was Spezielles machen. Und zwar müssen wir diese Frucht zum Reifen bringen. Wie machen wir das? Wir laufen einmal hier durch diese Wolken durch. Und wenn wir durch die Wolke durchlaufen, dann haben wir eine Pollenwolke. Und sobald wir diese Pollenwolke haben, können wir zu dieser Frucht hin. Und die damit quasi bestäuben und dann wächst die. Und das müssen wir insgesamt 5 Mal machen. Und sobald wir das 5 Mal gemacht haben, können wir das Ding looten. Und dementsprechend uns den Schatz holen. Ich habe das jetzt schon einmal gemacht. Die wird dann auch immer größer. Ihr seht, da haben wir das Ding. Da können wir jetzt so lange mit dem Buff haben draufklicken. Und ihr seht, die wird hier größer. Diese Wolken sind hier in diesem ganzen Gebilde drin. Da haben wir zum Beispiel auch noch mal eine Wolke. Laufen wir wieder durch. Einmal nach unten. Und dann können wir da wieder draufklicken. Wenn ihr Handy-Note Shadowlands drauf habt, dann könnt ihr einmal auf dem Schatz auch draufklicken. Und euch quasi die Positionen hier anzeigen lassen, wo diese ganzen Wolken sind. Also das ist hier im kompletten Gebiet hier drin. Ich würde sagen, ich hole mir die jetzt mal alle und dann schauen wir wieder rein. Gut, ich habe das Ding jetzt 5 Mal bestäubt. Und ihr seht, jetzt haben wir hier die Frucht, die wir looten können. Da klicken wir einmal drauf. Und damit bin ich mit dem Ceramortus Schätze Achievement einmal fertig. Und zusätzlich gab es dann noch das Item, das wir haben wollten. Und zwar haben wir es einmal hier im Inventar gekriegt. Friedlicher Pocopock. Dann kommen wir jetzt zum Schluss noch zu den Schätzen, die ich auf dem Main schon aufgemacht habe. Und ja, die zeige ich euch jetzt noch mit dem Twink. Das sind aber alles relativ leichte Geschichten. Als erstes zeige ich euch hier einen Schatz auf den Koordinaten 56, 64. Und zwar haben wir hier einmal zerschmetterte Vorratskiste. Und da müssen wir jetzt erstmal ein Item aufsammeln. Wir müssen hier auf diesen Balken, der umgefallen ist, drauf. Dann können wir hier ein Reparaturwerkzeug looten. Das nehmen wir einmal mit. Und damit müssen wir jetzt hier unten so Sachen aufmachen. Aber nicht mit dem Reparaturwerkzeug, sondern das müssen wir einmal traden. Und zwar mit Hiofui, heißt der. Oder Hiofi oder irgendwie so. Das geben wir dem. Der gibt uns dafür einen Hammer. Und mit dem Hammer können wir jetzt einmal hier diese Steine weghauen. Da müssen wir ein paar Mal draufklicken. Also das sind einige Steine. Jetzt gehe ich mal aus der Gestalt auch raus. Da können wir auch nochmal draufklicken. Und dann können wir das Ding öffnen. Und damit haben wir auch diesen Schatz geöffnet. Der hat sogar noch nette Schuhe für mich gegeben. Also ich zeige euch nochmal die Koordinaten. Hier ist leider habe ich die Map mit dem Schaden noch nicht erkundet. Aber ihr seht, hier bei dem, da führt quasi der Weg vorbei. Und dann haben wir hier einmal diesen Balken liegen. Wo sind wir jetzt genau? Ich habe mir jetzt einen Twink geschnappt. Und wir sind hier in die Höhle rein. Und zwar bei den Koordinaten 58, 43. Also sprich hier in die Höhle reinlaufen. Dann kommt die hier rein. Lauft einmal hier rum in diesen Raum hier. Der Schatz ist einmal in dem anderen Raum hier hinten. Jetzt ist die Problematik, dass da eine Kugel davor ist und wir da nicht reinkommen. Wie kommen wir da jetzt hin? Wir haben hier noch eine Kugel. Die können wir einmal anklicken. Und wenn wir die anklicken, dann fängt die an zu rollen. Und ja, relativ simple Mechanik. Die Kugel rollt jetzt dahin, stößt die andere runter und wir können quasi reinlaufen und dann den Schatz looten. Bei mir war es das erste Mal tatsächlich so, wo ich da beim Main dran war, dass das Ding nicht angezeigt wurde. Anscheinend ist es dann auch nicht immer da. Jetzt ist es ein bisschen später in der Nacht. Ich denke mal, das dürfte gerade kein anderer weggelootet haben. Also da dürften wir eigentlich kein Problem haben. Heißt, wir laufen jetzt einfach der Kugel hier hinterher. Ah, ich kann sogar durchlaufen, so wie es aussieht. Ah, das Ding ist auch da. Wunderbar. Springen wir einmal hin und können das dann einmal rauslooten. Und ihr seht, da haben wir den ersten Hut. Den abenteuerlustigen Hut von Pocopock. Und hier könnt ihr euch übrigens wieder rausporten. Dann müsst ihr nicht komplett wieder rauslaufen. Wobei der Weg jetzt auch nicht so weit ist. Also jetzt seht ihr hier nochmal den Eingang. Da sind wir da quasi am Anfang reingelaufen. Den nächsten Schatz, den wir haben, ist auf den Koordinaten 52, 70. Und zwar da haben wir Proto-Flora-Ernter. Schimpft sich das Ding. Und dazu sind wir an dem See von dem Qualen-Rare dran. Ihr seht, da hinten geht die Straße lang. Hier ist dieses Teil relativ weit oben. Ich als Worry kann da wahrscheinlich hochspringen, schätze ich jetzt mal. Wenn ihr nicht so eine Klasse habt, mit dem Venture-Portal geht es natürlich immer. Das solltet ihr euch am besten eh für die Schätze holen. Also einfach aufmachen. Und da kriegen wir auch einen Transmog raus. Das habe ich mir aber Main tatsächlich schon geholt. Also ich zeige es nochmal hier unten auf der Map. Koordinaten 52, 71. Der nächste Schatz ist der angekettete Handkoffer. Und den haben wir hier unten auf den Koordinaten 39, 73. Ich würde euch aber empfehlen, hier hoch zu laufen. Quasi vor das Gebäude. Und dann habt ihr hier diese Pyramide oder dieses Pyramidenförmigen Eingang. Dann kann man hier hochlaufen. Ich bin dann mit dem Sprung hier rüber gesprungen. Da könnt ihr aber auch mit dem Venture-Port quasi rüber. Und dann geht es einfach hier hinten ein bisschen an der Steinformation entlang. Und dann müsst ihr halt so ein bisschen gucken, dass ihr hier hochkommt. Wenn dann ihr jumpt oder ihr nehmt nochmal euren Venture-Port und kommt dann einmal quasi hier zu der Kiste hoch. Und damit haben wir dann das nächste eingetütet. Ich zeige es nochmal auf der Map. Also sprich hier langlaufen, auf das Ding hoch, Venture-Port 1, Venture-Port 2. Mehr ist es nicht. Dann kommen wir zu den Opfergaben der Ersten. Da sind wir jetzt einfach hier auf den Koordinaten 34, 56. Und ja gut, hier müsst ihr einfach nur hinlaufen und es looten. Mehr ist es nicht. Wie gesagt, das sind halt die Schätze, die ich mit dem Main schon beim Questen mitgenommen habe. Aber falls da einer trotzdem Schwierigkeiten hat, nehme ich dir hier nochmal mit auf. Dann sind wir als nächstes bei der überwucherten Brutto-Frucht. Und zwar ist die einmal hier unten bei den Koordinaten 36, 43. Da können wir dann einfach hier ein bisschen hochlaufen. Am besten hier mal rüberspringen. Dann kann ich hier mit dem Warrior rüberjumpen. Oder ihr nehmt euren Venture-Port, wenn ihr keinen Jump habt. Können wir das Ding aufmachen. Und das ist eigentlich auch ein relativ einfaches Kisten-Item, das wir uns holen können. Dann kommen wir zum beschädigten Behälter der Chinro. Der ist einmal hier unten. Und zwar, wo bin ich jetzt? Ich bin hier oben auf den Koordinaten 38, 37. Und hier ist es so, dass wir so eine Konstruktion haben mit ein paar umgefallenen Säulen. Und da können wir einfach hier einmal hochlaufen, dann hier hochlaufen, hier rum. Und hier unten, seht ihr, ist der Schatz drin. Also da müssen wir dann einfach runterspringen, nachdem ich jetzt hier diese kleinen Milben noch getötet habe. Dann können wir uns einmal ein bisschen umschauen, dass ihr euch ein bisschen orientieren könnt. Aber diese Konstruktion übersieht man eigentlich relativ schlecht. Gut, das machen wir auch noch auf. Gibt es auch nochmal ein T-Mock-Item raus. Ich zeige es nochmal auf der Map-Eise. Hier oben sind wir dann einmal. Dann kommen wir noch zur letzten Kiste. Und zwar haben wir die einmal hier unten schlundgebundene Truhe. Und diese befindet sich einmal hier auf den Koordinaten 61, 30. Da müsst ihr dann bloß ein paar Gegner wegklopfen. Könnt ihr dann aufmachen. Und ja, damit sind wir dann mit allen Kisten durch. Sowohl mit den schweren, die mir im Main gefehlt haben, als auch die paar, die ich euch jetzt nochmal mit einem Twink gezeigt habe. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Ganze ein bisschen weitergeholfen. Und ja, wenn ihr mehr von den kleinen Achievement-Guide-Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.